Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Kianligang. Heute mal eine Runde Among Us mit einem Special Gast. Cedric! Ja, Cedric, Cedric, wie auch immer. Wie möchtest du genannt werden? Cedric oder Ceddy? Cedric. Cedric, okay. Cedric. Ich sag trotzdem Ceddy, ist mir egal. Er ist von meinem... Wie alt bist du nochmal? Ich bin sechs Jahre alt. Boah, der ist richtig... Du bist richtiger Alpha. Du bist richtig alt, ne? Okay, wir fangen jetzt an. Was bin ich? Ich bin Crewmate. Ja, blau, ich bin Crewmate. Heute mal mit zwei Impostern. Das mag ich einfach am liebsten. Und Eins-Geschwindigkeit. Falls ihr mal mit, wie ihr spielen wollt übrigens, dann könnt ihr gerne auf meinen Discord joinen. Den werde ich mal in die Beschreibung packen. Ich werde aber, darauf könnt ihr euch anstellen, immer auf diesem 1x spielen, auf dieser 1 Geschwindigkeit, dieser Standardgeschwindigkeit. Man kann auch darüber nachdenken, 1,25 zu spielen. Okay, warte mal. Wer könnte jetzt Impostor sein? Ich guck mal, was die schreiben. Die schreiben irgendwas Türkisches, glaube ich. Das Problem ist, die lieben jetzt alle, ne? Und wenn die alle lieben, es sind wahrscheinlich noch zwei Impostor Among Us. Ähm, und das könnte ein Problem werden. I think Light Green. Okay. Komm, ich will einfach. No risk no fun. Ah, geht doch. Light Green wird anscheinend rausnehmen. Ach, du hast einen Stuhl gemacht. Äh, und er war nicht der Impostor. Oh, nein. Ein Impostor aber nur noch. Okay, warte mal, wo haben wir da... Oh, Erector Meltdown. Ähm, nom nom nom. Wo ist der Erector? Ach, da hinten. Ach, das ist das, wo man... Diese Hände... Ich kenne mich jetzt deutlich besser mit diesem Spiel aus. In der ersten Folge Among Us habe ich mich noch überhaupt nicht damit ausgekannt. Gehänt, wie auch immer. Aber jetzt... Oh, nein. Okay, warte mal. Warte mal, wenn es jetzt grün ist... Warte mal. Ist es grün? Nee. Als ob... Als ob der mich einfach so verarscht. Der hat mich gekillt, Sally. Sally, redest du überhaupt mal etwas? Das wäre schon die Leiter. Du bist grün. Ja, ich weiß, aber du bist mein Gast, also musst du auch etwas reden. Warte mal, kann man eigentlich als Geist... Leute, der Grüne hat uns getötet. Ach, Sherlock. No shit, Sherlock. Hey, was ist mit den Leuten los? Äh, als ob die... Als ob die einfach sich so töten lassen. Okay, sind wir Imposter natürlich nicht. Ist immer wieder ein Crewmate? Oh, oh, in Cafeteria sogar. Zwei Taste. Äh, einmal hier downloaden. Von der Cafeteria zu meinem Tablet. Bruder, was sagst du dazu? Gut. Warum gut? Wir sind Crewmates. Wir wollen Imposter werden. Nicht gut. Leider. Es ist normal. Leider. Aber ich finde es nicht gut, weil... Weil wir uns bestimmt rauswerfen. Äh. Nein. Nein. Admin. Admin. Da muss jemand gewendet sein. Klar. Ähm, da muss jemand gewendet sein. Gewendet sein. Weil... Oder... Oder... Oder nicht. Also ich denke, da ist jemand da reingegangen. Und dann getötet. Und dann... Der Typ hat einen Tagsjahr beigemacht. Hör auf, bitte damit. Und dann ist er gewendet. Teddy, bitte. So. He killed an... Anvent knife. Sieh, okay. Einmal. Teddy. Der beobachtet so dieses Geschehen so. Aha. Okay. Was macht er so? Aha. Okay. War es weiß? Komm. Eric was not in einem Poster. Okay. Ich habe mal dieses Geschehen verfolgt. Teddy. Bitte. Kannst du mal bitte aufhören, meine Schränke zu durch... Ich gucke dir nur die Schränke an. Ja, aber... Bist du der Blaue? Hellblaues. Ja. Also ich denke, es ist dunkelblau oder... Oder... Und pink. Mann. Damals, da ging das noch immer first try bei mir. Oh nein. Okay. Ich hinterfrag mal. Äh, mein letzter Task in O2. Ist der Filter da? Der Blattfilter? Äh, hallo? Bitte? Blättchen. Okay, wir haben... Etwas weniger als die Hälfte der Task schon gemacht. Jetzt kommt es halt nur auf die anderen an. Jetzt kann ich halt auch keine Tasks mehr machen. Das heißt, ich habe kein Alibi mehr. Obwohl die Leute mir ja eh nicht glauben könnten. Ich habe es gesagt. Ich habe es gesagt. Ich habe doch gesagt, dass es blau ist. Ich bin einfach krass. Und da hier ist eine Werbung und die muss ich leider zensieren. Oder... Also nicht zensieren wegen dem, sondern weil ich keine Werbung zeige. Ach, schade. Okay. Wir sehen es in der nächsten Runde. Okay, jetzt fängt die neue Runde an und wir sind wieder Crewmate. War ja klar. Ey, ich werde so oft Imposter immer. Wir spielen jetzt übrigens auf 1, 2, 5. Äh, Geschwindigkeit. Ich werde immer Imposter. Und der Grüne ist safe. Ne? Aber genau dann, wenn ich ein Video aufnehme, werde ich nie Imposter. Nie. Äh, Elektrik, äh, Elektrikal-Tag, äh, Dings fixen, fixen. Zack. Grün macht Tar... Oh nein, ich hasse diesen Tar. Als ich das hier das erste Mal so gespielt habe, habe ich den nicht verstanden. Komm, wenn das jetzt braun ist, dann kotze ich. Oh nein. Geht doch. Hä? Reactor Meldon. Oh, schon gefext. Okay, gut. Äh, da kann ich also auf mein Team vertrauen. Oh. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, was der jetzt von uns möchte, der S&G. Aber ich nehme jetzt mal als Einladung zum Nicht-Voten für Gelb an, weil die Leute, die das machen, sind meistens nicht Imposter, sondern einfach nur irgendwelche Trolle. Ich habe, ich habe halt aber wirklich die Vermutung, dass es braun ist, ne? Oh, blau, schreibt sogar braun. Ich schreibe einfach mal, okay. Hi. Okay, ich schreibe einfach, okay, bevor ich mich irgendwie blamiere. Ähm, ich habe braun gevotet. Okay, Anonymous Votes sind an. Oh, 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 oh. Und, äh, braun ist nicht raus, leider. Ich, ich, ich sage es euch. Ist es mal, ich, ich habe mal wieder recht. Ich sage es euch. Zwei Imposter Remain. Eins, zwei, die müssen noch zwei Leute killen, glaube ich. Oder drei. Was bringen eigentlich diese Coms? Ich, ich glaube, da kann man keine, ähm, links machen. Wow, wow, habt ihr da oben rechts, äh, links gesehen? Diese Tagsanzeige, äh, Anzeige? Oh, oh. Wir müssen schnell nach oben. Oh, fix, lies, fix, lies. Lights erst mal gefixt und, äh, okay, warte mal. Blau und, äh, blau und, äh, äh, aber blau war doch gerade bei uns. Okay, okay. Ich sage violet. Violet ist, äh, purple and white, maybe. Okay, wenn mal, wenn nicht jetzt pur, äh, purples. Warum voten die jetzt für braun? Warum voten die für braun? Okay, wenn der es jetzt nicht ist, dann haben wir verloren. Mann, ist es lila und weiß. Ich mach das Ding aus. Nein, 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 nein. Ey, es ist lila und weiß und die voten braun. Ich hab es euch gesagt. Purple und braun, maybe. Komm, mach das. Scheiße. Die Runde startet. Okay, die Runde startet. Ich mach mal meine Augen zu und Sally, was bin ich? Was bin ich? Komm, ey. Oh, Mann, ey. Komm, ey. Süß. Ach, Mann, ey. Ich will auch mal eher immer Imposter sein, Junge. Und es ist wieder 1, 2, 5. Und direkt machen die, die, die Lights weg. Mann, ey. Kannst du mal aufhören zu meinen, Sadio? Mach mal bei der Folge mit. Junge. Es ist nicht schön, dass wir kommen, ey. Okay, warte mal. Ich, ich, ich wollte green. Ich, 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 ich glaub, blau. Ähm, also dunkelblau. Und wenn er es nicht, wenn, äh, green ist es nicht, also lime es nicht ist, dann ist es dunkelblau, dieser kleine Hugo. Okay, die haben alle, fast alle, haben die Like Beans gewonnen. Warum ist schon wieder dieser, oh, Entschuldigung, ich hab's getreten. Ähm. Ach, jetzt ist sogar dieses Eject an. Oh, das macht es noch spannender. Das hab ich noch nie gespielt. Also wissen wir nicht, ob er jetzt Imposter war oder nicht, aber ich weiß nicht, wie es halt lief. Kannst du mal aufhören mit den Geräuschen? Hör auf. Ich hasse die, ich hasse diesen Tasks, ja, mit diesem Downloaden, ey. Besonders am Ende, guck mal, dieses provokante Laden nochmal am Ende. Diese eine Sekunde. Oder ein bis drei Sekunden dauert das dann am Ende immer noch. Das kotzt mich so an. Okay, der Oxygen. Oh, erster Versuch. Schon seit langem nicht mehr so gut gewesen. Ich sollte jetzt mal reinhauen, dann wird es sogar was mit dem... Oh, nein, 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 orange, orange, bitte, bitte, orange. Äh, ich meine bitte gelb. Oder warte mal, gelb, bitte gelb, sag, sag orange. Ey, ja, okay, gelb, komm, gelb, bitte, schwarz, gelb, blau, votet orange raus. Und dann dieser Orangene, der dann einfach... Okay, okay, gut, 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 gut. Komm, bitte sag, dass grün war. Bitte sag, dass grün war und dass jetzt wir die Runde gewonnen haben. Doch, es muss ja, es muss grün gewesen sein. Ja, weil sonst hätten wir schon längst verloren. Ja, wir haben eine Runde gewonnen als Crewmate oder als Ghost. Okay, die Runde startet jetzt und das bin ich? Schwarz ist vorne und rot. Ja, ich bin Imposter. Ich bin Imposter. Zum Abschluss der Folge gibt es noch mal eine epische Imposter-Runde, die ich jetzt für euch holen werde. Wenn ich die Runde hole, dann möchte ich dieses Jahr noch, ähm, die... 200 Abonnenten hervorhaben. Ich hab weiß gekillt. Ich hab weiß gekillt. Ich hab weiß gekillt. Wir müssen noch zwei killen, das heißt ein Double Kill. Jetzt müssen wir nur noch einen killen. Komm, wir sagen, äh, ah, ich weiß nicht. Ich schreib mal, äh, who now? Zwei ist böse. Ja, 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 wir beide. Also, ähm, äh, dieser Lü-Loo. Der Lilo. Okay, wir skippen, wir skippen. Wir müssen noch einen killen. Ich will diesen, äh, dunkel-blau killen. Okay, ist mir egal. Ich will so trollen. Was? Okay. So. Und jetzt? Äh, ist das ein... Ist das jemand gelieft? Ja, wir haben die Runde gewonnen. Ich will 200 Abonnenten dieses Jahr. Okay, da würde ich sagen. Ich bedanke mich recht herzlich für diese schöne Folge. Am Ende nochmal ein Poster geworden. Zwar mit etwas Glück durch diesen Leave nochmal gewonnen. Aber ja, ich wollte eigentlich rumtrollen, aber hat nicht geklappt. Trotzdem danke, äh, dass ihr zugeschaut habt. Abonniert gerne. Momentan, äh, ich studiert dieser Kanal in letzter Zeit. Äh, 167 Abonnenten, als ich dieses, äh, video gedreht hab. Äh, ja. Ähm, äh, Aufrufszahlen gehen auch gerade, äh, durch die Decke. Mehr als so Durchschnitt. Also nochmal dicke fettes Danke und ein kleines Herzchen. Ich gebe mir auch viel Mühe. Wir sind hier umgezogen. Deswegen ist es nicht so leicht, wie wir es zu machen, weil wir haben keine Türen. Und wenn die Leute hören, wie ich rumschreie, dann ist er vielleicht nicht so schön. Und ich habe gerade sehr laut, äh, äh, nicht laut, äh, schnell geredet. Ähm, ja. Falls ihr Lust habt auf die nächste Folge, dann lasst ein Like da. Sergi, willst du noch was sagen? Und dann noch Tschüss, Bye-Bye zu Kilian Negan und Sergi.